Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft! Und dem läuft die Potato. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Super. Was ist jetzt los? Geht's los hier? Ja. Da ist ein Creeper. Kann mich nicht bewegen. wir machen erst ja erstes fällt erstes fällt kurva so komplett sorry für das komische bild in der letzten folge ich habe keine ahnung was mein programm da gemacht hat ich weset nisch was hat denn der im programm da gemacht ich weiß nicht in hässlichen 4 zu 3 format schau mal lässig back to the roots würde ich sagen also waren ja die ganzen youtube-videos früher in 4 zu 3 es war alles in 4 zu 3 früher es gab nur noch viel auch nur 4 zu 3 bildschirme übrigens ich habe bei der arbeit in 4 zu 3 bildschirm mit gewonnen ich habe jetzt den dritten bildschirm den hänge ich mir über meinen ersten also über die wand bei mir dann da lasse ich immer so sachen wie teams weg ob er ist also alles was im hintergrund läuft laufen geil oder neues neues plan auf jeden fall immer die wackel hol mal wasser kannst du besser hier toll du bist ein genie schon seit einer halben stunde dinge ja die sind so behindert ohne witz immer diese scheiße neulinge komm jetzt spring doch mal da hoch hier sollte aufhören so zu reden das ist nicht gut das ist verstörend ja ja schon scheiß wasser macht direkt vor dir wasser hin direkt vor mir hab ich gemacht mach deine karotten ich habe keine erde mehr hast du erde nein dann mach deine karotten einfach da rein so dann reicht das ja du musst hier noch hier dingsen ne ach so so wo sind sie denn hier ich habe noch zwölf stück ja perfekt wusste ich wir müssen jetzt ist tag draußen wir müssen die basis ausbauen jetzt sonst kriegen problem mit ist alter warum regnet das denn immer man das ist so ätzend tja so ist das mit dem licht eisen kommt da rein ja du rennst immer im weg rum jungen gesehen dass ich raus lauf man hier ich hab da mal eine fackel hingemacht dann sieht man ein bisschen näher so da ist was so zack 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 hä oh dieser dieser scheiß lag ohne witz das noch mal dazu bisschen zu richtig unauffällig ja es soll es muss so sein sonst haben wir ein problem wie gesagt ja schon und außerdem sollte das lieber cobblestone als erde sein ja schon andere side so hast du eine tür sonst hole ich mal holz jetzt gibt's erde was ne ich hab keine tür ich hole mal holz ne ich bin gleich wieder da für die tür hole ich holz ne lass mal eine tür machen und links und rechts davon glas hast du ein bisschen sand dass du einschmerzen könntest ich habe ein sand ja das ist natürlich sehr gut ja ich baue mir hier vorne ein bisschen ab ne ja ok schön mit der spitzhacke ne quatsch aber in der schaufe jetzt aber eigentlich müsste ich es echt machen kommen einfach nur für den hansi so für den hansi herzmann glaubst du träumst du glaubst immer noch dass er dich guckt ne ich sag ja ich bin gespannt ob die folgen schaut weil bei battle könnte ich es mir wieder vorstellen aber das andere ja alles andere von dir ist auch uninteressant ich wollte gerade sagen lass doch mal auf die suche gehen wir sind ziemlich far ahead aber hätten wir schon eine waffe ne ohne witz wir hätten so gewonnen wir haben ja noch money also wir haben waffen ja ich habe zwei ich habe zwei sprengpulver schießpulver das heißt wir könnten was waschen und eisen haben wir auch mehr als genug also wir könnten ich sollte mal auf jeden fall was essen ich habe nämlich nur noch einen halben hungerbalken ja hast du zufällig gerade mal den link für die waffenkisten nein zufällig nicht okay bist du richtig retarded digger habt ihr ne gögle was ach so eine höhle so weg 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 mach los ich habe mal die ich habe die american weapon box ne warte wollen wir wieder unsere unauffällige baum basis machen naja klar hey aber mal ernsthaft also den spielern ist sie nicht aufgefallen nur weil so leute das in die kommentare geschrieben hatten ja hast du eisen denn ja geht mal bitte immer bitte alles her waschle mir mal was schönes ich glaube ich glaube ich weiß wieder wo das problem war ach man die haben oder wir brauchen wir brauchen noch wieder das spezielle holz für die waffen so das ist ja das was wir alles verarbeitet haben wir sind die g's ich warte hier hier ich lass dir mal alles wichtige da soll ich nicht in die bedingung packen doch du packst das jetzt weg aber ich suche jetzt holz kannst du mir noch eine zweite axt machen aber wir haben die dinger direkt nebenan wir haben die direkt beim baum links glück gehabt man alter so solltet sein man was zu kapeliert kurva was brauchst du noch eine axt kannst du mir die einfach her bringen eine axt aber natürlich mein freund so ich sehe es schon wieder kommen wenn die ich sehe es schon ich hatte ich sehe schon wieder die paranoia folgen kommen wo wir einfach nur durch die gegend schleichen und auf nahe machen so ich habe ihn gesehen soll ich den eisen machen oder egal wir haben ja genug eisen eigentlich ich mache dir eine holz holz willst du mich verarschen eine holz axt ich soll es natürlich vorher noch verarbeiten so da ist ja komplett verarbeitet mir egal wenn du beim berg links gehst dann stehe ich direkt links auf dem hügel beim berg links geh also aus der tür raus links oder ja genau aus der tür raus links und dann ja genau da hoch und jetzt siehst du mich schon hier hier links von dir links von dir auf den berg ich springe links da ja rechts rechts da ich pflanze gleich mal ein paar neue bäumchen danke du hast mir echt eine holz axt gemacht ist das dein ernst ich mache mir daraus jetzt ein bisschen rüstung ja mach das sollten wir vielleicht auch mal ein waypoint setzen also verzaubern wir lieber oder machen wir es lieber ein diamantschwert aber ich glaube ein diamantschwert wird uns relativ wenig bringen dann macht ihr bitte mit b ein waypoint von unserer basis ja hatte ich gerade vor gut wir nennen es natürlich wieder altbekannt hme hme hast du das letztes mal hme geschrieben ja ich hab hümmel geschrieben ja weil das o irgendwie nicht gegen keine ahnung weiß auch nicht so was haben wir hier glas obwohl verbau das ganze eisen war nicht obwohl machen einfach jetzt habe ich es noch nicht gemacht bis jetzt ja warte ich hätte halt mal gerne eine hose oder so weil die geht nochmal eine scheißhose also das ding ist ne so geht die nicht die geht du machst alles außer die mitte und unten voll also jetzt habe ich eine hose jetzt haben wir noch so bezüglich der waffenkiste ich brauche 6 1 ich brauche 12 eisen ich brauche 20 eisen 20 eisen insgesamt für zwei thompson und zwei magazine also 14 fehlen uns noch ja gut also wir haben auch wir haben auch was ist denn stan ammo du hast denn ammo wofür ist dann ammo und die bazooka haben wir auch noch hier probieren ob ich laden kann ne du kannst ne kannst du wahrscheinlich nicht habe ich schon probiert also die kiste muss ja nicht in unserer basis sein sondern 20 blöcke um die basis kann sie auch er macht die waffen da mal rein in die kiste das hat jetzt hat keinen sinn dass ich die mit mir herumträgt ja ich weiß nicht mach die kiste aber zu bitte nicht dass die nachher sind und dann auf einmal ist alles weg buddeln durch sie mit glas zu buddeln ja bruder das ist very intelligent ja ultra die folge ist auch nicht mehr lange ich mache mir noch eine zweite spitzhacke und dann suchen wir auch mal noch mal diamanten und ja die waffenkiste die wir hier ja so nicht knochenmehl doch jetzt habe ich schon gemacht für die hundis ja du hast schon noch knochen das sind meine die ich hatte von den skeletten die ich da unten getötet habe achso das ist alles easy also ich mach mal hier zack und es geht noch einmal gell ne du kannst so oft das knochenmehl benutzen bis die dinge voll ausgewachsen sind sozusagen ich hatte nur drei stück aber gut kommen sie kommen sie kommen sie kommen sie ne was ich los bei dir so ich habe neun fackeln warte ich mache mir noch ein eisenschwert einfach für den notfall und eine eisenspitzhacke falls wir wirklich nein ich habe keine drei eisen mehr falls wir sowas finden sollten so auf nach unten habe ich glaube ich habe die dinge jetzt nicht wieder zugemacht die secret box habe ich natürlich nicht oder man die kann man schon abbauen bist du da gut ja ich bin ich bin hier mal hier kieken weißt du was wir waren auf dem mond ok waypoint warte ich machen waypoint zum ausgang auf dieser höhe ok aus ausgang höhe in welcher richtung keine ahnung lass einfach hier sagen hier da hinten sind treppen wo also eine art treppen du hast hier nicht gebuddelt ne pass auf hier sind überall creeper zombies sind rechts von uns in der wand hier irgendwo ich habe es vorne gefunden wir könnten die man hinter dir hinter dir hinter dir ok hier ist nicht da rein nicht weiter laufen nicht da weiter laufen da ist eine falltür so eine fall sozusagen ja hier ist ein spawner das heißt warte du gehst über deckung und ich versuche das ding hier komplett hell zu machen so ok da kommt eine spinne kriegst du hin oder sie kommt aber sie kommt nicht an uns ran spawner weg jetzt ist es noch ein spawner super boah wasser ja lässig ich hole mir das mal ja ich versuche das wasser hier loszuwerden versaut dass du nicht stirbst ne hier ich habe eine spinne getötet gut ok gehen wir mal weiter in die richtung die spinne weben können wir übrigens gut gebrauchen später wir stellen uns hier in die ecke komm her komm her schnell komm her oh fuck ich bin in spinne weben ok dann bis zum nächsten mal bei der erkundung während da ihr wisst schaut bei den anderen teams火 armos hatte ich zwei unterschiedliche augefarben